Hallo meine lieben Freunde, heute zeige ich euch, wie man dieses Produkt, also diesen Swirl Clip, nenne ich ihn mal, wie man den benutzt, der sieht so aus, um einen perfekten Dutt innerhalb von 30 Sekunden zu zaubern. Und das funktioniert mit fast jeder Haarlänge, also auch mit kurzen Haaren können wir einen Dutt zaubern. So, außer dem Swirl Clip braucht ihr noch ein Haargummi. Haarspray und ein paar Haarclips. Also, sagen wir, ihr müsst dringend irgendwo hin und eure Haare müssen einfach gut aussehen, sei es jetzt ein Event, wo ihr abends eure Haare schön haben müsst und es soll einfach ein bisschen schicker sein, als jetzt nur ein Zopf oder sagen wir, ihr müsst zur Arbeit und die Haare sollen in einem Dutt sein. Manchmal muss es einfach schnell gehen und deshalb ist dieser Dutt Clip, so wie ich ihn nenne, euer bester Freund. Der wird euer bester Freund. Es ist wirklich, dieses Ding hat mein Leben revolutioniert. Ich liebe das Teil. Und man kann ja jetzt sagen, ja gut, okay, es gibt ja auch Dutt Kissen und so Bananen-Schaumstoff-Dinger, die man sich da in den Dutt einarbeiten kann, aber ich sag's euch, das hier geht viel, viel schneller, präziser und es sieht einfach top aus. Ich bürsse jetzt erstmal einfach meine Haare und mach die nach hinten. Und das hier ist der Tangle Teaser, den kennt ihr bestimmt. Einfach einer meiner Lieblingsprodukte. Ich liebe den Tangle Teaser. Mit dem Ding geht einfach alles. Der kann aus jeder Chaos-Mähne ein wunderschönes Haargestrüpp zaubern. So. Jetzt haben wir die Haare hinten. Okay. Zack. Und jetzt nehmen wir das Haargummi und fixieren das. Oder... So. Zack. Mein Haargummi. Alles, was ihr jetzt noch braucht, ist eigentlich dieses heiße Teil. Dieses heiße Teil und diese ganz, ganz coole Klammern braune, die man ganz schön in so helleren Haaren verstecken kann. Übrigens, es gibt bei diesen Swirl Clips verschiedene Größen. Es gibt Jumbo Large für, wenn ihr ganz viele Haare habt. Dann gibt es, wie bei mir, Jumbo Medium, den ich gerade ausprobiere. Also, da gibt es ganz verschiedene Größen. Müsst ihr da halt schauen, welche Größe sind. Gut. Fangen wir an. Nachdem ihr euch einen Pferdeschwanz gemacht habt, nehmt ihr euch euren Dutt Swirl und öffnet ihn. Kommt so ein cooles Geräusch, was so dieser Noppen verursacht. Das liebe ich. Und ihr öffnet ihn quasi so und steckt ihn auf eure Haare. So. Ich hoffe, ihr könnt es so sehen. Ihr steckt ihn auf die Haare und dreht ihn nach oben. Mit den Haaren natürlich. Wenn ihr oben angekommen seid, steckt ihr unten den Dutt-Knopf fest. Und braucht nur noch die Haare, um den Clip zu drehen. Und zwar so. So. Und schon fast fertig. Jetzt brauchen wir nur noch ein, zwei Klammern, um die Lücke zu schließen, damit man diesen Dutt-Clip niemals zu Gesicht bekommt. Und ihr habt den perfekten Dutt. Das mache ich jetzt mal schnell. Fertig ist das Ganze. Jetzt könnt ihr noch euren Dutt perfektionieren. Und zwar mit einem Stielkamm und Haarspray. Und fertig ist euer Dutt. Also, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020